Schönen guten Tag? Ja, Dr. Radelsberger mein Name. Spreche ich mit, ähm, Marcel? Ja. Super. Ich bin Product Manager der Rats, Ratsberger Film Corporation. Wir wollen unter anderem in ihrer Straße einen Spielfilm drehen und suchen noch ein paar Mitwirkende. Interesse geweckt? Na, jein, weil's momentan nicht geht. Super. Bei uns geht es um echtes Dars im Sternchen. Das ganze Business performt bei uns. Im Moment sind wir auf Nachwuchssuche. Und, wie ist die Interessenslage? Na, ähm, eigentlich schon groß, aber wie ich sag, es geht nicht. Ich habe Arbeit. Wir suchen ganz aktuell jemanden, der tagsüber den Hund des Producers ausführt. Und jemanden, der abends ein wenig die Location faked. Okay. Wir zahlen 5 Euro die Stunde plus Autogramme. Und wo soll das sein? Okay. Ich melde mich dann später nochmal. Sind Sie noch dran? Ja. Super. Sonja Schneider. Ja, guten Tag. Hier ist Sonja Schneider. Ist der Marcel da? Oh, tut mir leid, aber das ist privat. Ja, Dr. Radelsberger mein Name. Spreche... Super. Sind Sie noch dran? Sind Sie noch dran? Da wird Mutti aber stolz sein, was? Ja. Wir zahlen gut. 5 Euro die Stunde plus Autogramme. Danke. Hallo, hallo. Ja, grüß Gott. Hier ist der Franz. Spreche ich mit dem Robert? Ja. Gut, Robert. Darf ich du sagen? Danke, das ist nett. Okay. Also, ich bin der Franz. Nachname tut erst einmal nichts zur Sache. Ich bitte um Verständnis. Danke. Ja, dazu kann ich jetzt leider nichts sagen. Ein paar alte Fußballfreunde und ich, wir möchten gerne in ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz regionale Fußballtalentförderschulen einrichten. Da suchen wir jetzt natürlich auch die Leute, die uns da weiterhelfen können, aber denen auch wir vielleicht weiterhelfen können. Wir hatten eine Agentur beauftragt, geeignete Leute für unsere Schulen zu finden, aufgeteilt dann auf die jeweiligen Regionen. Grundsätzlich interessiert, Robert, hast du einen Internetzugang? Hm? Also, www.fussballpolim.de Nochmal, www.fussballpolim.de Alles zusammengeschrieben. Ja. Palim geschrieben, Paula, Anton, Ludwig, Ida, München. Und dann zweimal, beziehungsweise noch einmal. Hm? Also. P-A-L-I-M. Nur zweimal. www.fussballpolim.de Ja, ja. Dort steht dann alles. Ich buchstabiere mal komplett. Ich buchstabiere mal komplett. Verkürzt. www.fussballpallimp.de www.fussballpallimp.de nur zweimal. www.fussballpallimp.de 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 Vielen Dank.